Ich stehe mit dem Schützen vom 1-0, Markus Stöckel von der WFI. 2-0 das Endergebnis im ersten Spiel gegen die Geos. Fazit zum Spiel? Ja, war ein intensives Spiel. Wir haben gewusst, die Geos haben unheimlich viel Qualität. Deswegen haben wir uns auch in der ersten Halbzeit unheimlich schwer getan. Viele Fehlpässe, Geos haben es gut gemacht, Spiel dicht gemacht und dann Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit das befreiende Tor. Ja, war ein schöner Sonntagsschuss am Dienstag. Auch so hast du aus allen Lagen draufgehalten, einige gute Dinger dabei. Da kommt auch schon die Frage links- oder rechtsfuß, weil beide Füße scheinen stark zu sein. Eigentlich rechtsfuß, aber heute lief es mit links ganz gut. Ich muss schon sagen, es hat gepasst. Alles klar. Und jetzt, wie sieht es für das Turnier aus? Weitere Pläne? Was sind eure Ziele? Nee, wir denken von Spiel zu Spiel. Ich weiß, das ist nur so eine Phrase, aber das ist eigentlich das Richtige, dass man dann nicht zu weit schaut. Und dann konzentrieren wir uns einfach auf die nächsten Spiele. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Glück und vielen Dank. Dankeschön.